Ja moin, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video zu GTA Online mit dem Ghost Funder. Guten Tag. Ja, ich hatte kaum Zeit zum noch anzoomen, aber das sieht ja immer schon schön aus. Ja, das hast du gut gemacht. Sieht einfach ein bisschen unrealistisch aus, aber gut. Ja, dann gehe ich mal zum Auto und du kannst ja währenddessen eine Chance spawnen. Und dann probieren wir mal mit dem Auto, dem Karakara 4x4, ins Flugzeug reinzufahren. Geht halt einige Zeit. Was denn? Ja, das Hinlaufen zum Auto. Kannst ja mir helfen währenddessen, das Auto bringen, genau. Und ist das immer noch beschädigt? Ich sage mal nicht. Doch, es ist immer dort. Na doch, das ist ja nicht. So. Also, hast du eine Chance gefunden? Eine Schanze? Wie eine Schanze. Eine Schanze? Eine Schanze, eine Schanze, es hat nochmal exportiert dann. So, was soll ich sagen, eine andere spawnen oder was? Oder was? Einfach eine Schanze, dass ich mit dem Luft kann, weil sonst musst du ja auf dem Boden fliegen, das ist ja nicht. Digga, wir machen jetzt folgendes, Alter. So, was richtig geiles machen wir jetzt. Warte auf. So, du stellst dich jetzt hier hinten und du fährst ja gleich rüber, ja? Oder soll ich drüber fahren? Nein, ich fahr dich. Überfahr dich. Nein, du fährst, ne, du fährst mich nicht, du fährst mich nicht, also mich fährst du nicht über einen Haufen, das sag ich dir. Ja, dann darfst du mich auch nicht überfahren. Pass auf, also ich spawn jetzt hier, komm mal zu mir. Oder ich komm mal zu dir. Guck mal hier, ich spawn jetzt hier ganz viele, ganz viele tolle. Es gibt ja diese Monster Truck-Schanzen, wo ganz viele Autos übersprungen werden. Das könnte ich ja auch machen. Mal schauen, wie lange ich, wie viele ich überspringe und dann explodiere. Also du machst einfach eine Chance noch davon und dann ganz viele in einem langen Abschnitt einfach hin. Ja. Ob die Chance muss ja noch. Ja, muss ich noch mal kurz machen hier, ne? Scheiße, also die Chance ist ja auch noch nicht da, ne? Wirst du schon, ne? Also ich denke mal, so viele schaffst du schon, glaub ich. Jetzt hier noch einmal ein paar so jetzt auch. Ne, jetzt hab ich zappelt gemacht, hier die Kacke. So. So, okay, zack. Jetzt muss man noch eine Schanze machen. Wie heißt die Kacke auf Englisch? Ramp, R-A-M-T. Ach ja, Ramp. Ramp. Also machst du in die Richtung, wo ich jetzt hinfahre. Die Chance. Auf der anderen Seite ist ja noch eine einzelne, ein einzelner Gaskontainer. Okay. Es ist ja keine große Schanze, aber es ist eine ganz gute Schanze. Okay. Soll ich loslegen? Ich werde wahrscheinlich nicht weit fliegen. Mach mal. Ich krieg zu wenig Tempo und so. Oder soll ich fahren? Nein, 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 nein. Ich will mein Auto kaputt machen. Ja, ist ja gar keine Schanze hier. Natürlich. Bei mir ist keine Schanze hier. Das gehört sich verarschen oder was? Ja. Ja. Ja, da musst du aber ja auch nicht so weit wegfahren. Ja, da ist keine Schanze hier. Ja, da ist keine Schanze. Ja, da ist keine Schanze hier. Ja, da ist keine Schanze hier. Ja, da ist keine Schanze hier. Ja, da ist unsichtbar. Ich fahr einmal langsam. Nein, nein, fahr. Nein, nein, fahr mal. Bleib mal wieder hier. Siehst du dich jetzt hier? Bei mir ist die Schanze nicht da. Das Wort für die Spindy. Also dann fahr du mit meinem Auto. Nee, guck hier. Ist es keine Schanze? Ist es keine Schanze? Ist es keine gute Schanze? Nein, es ist keine Schanze. Das will ich sagen. Ja, war ja klar. Ich scheiße hier. Ich scheiße gut nicht. Guckst du überall. Kackst du überall. Wotatja, ja, ja. Ja, bei dir gehen sie, wenn siehst. Bei mir gehen sie nicht. Dann mach vorwärts. Komm, was ist denn? Ja, gehen doch. Ich muss doch viel mehr machen. Mach mal ein bisschen langsamer. Alter. Junge. Ja, halbe Gascontainer. Alter. Ja, schon krass aus, ne? Aber war da so eine Kettenreaktion, ja, ne? Ja. Warte mal. Siehst du jetzt wieder irgendwas, was ich gesporn habe? Nein. 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 Siehst du das hier? Nein. Nein. Das Mod-Menü funktioniert wieder nur bei dir hier, weil die Cloud-Server natürlich kaputt sind. Sie ist wieder, ja, Spieler 1 konnte nicht, also Spielfigur 1 konnte nicht geladen werden. Wenn man nicht spielen kann, wenn man nicht aufnehmen kann, wenn man nicht aufnehmen kann. Ja, okay. Sehr komisch. Sonst sind Hütner bei dir. Hattest du nix geführt? Gar nix? Gar nix. Gar nix. Ich hab's gesehen. Da war da so eine Kettenreaktion. Also hier, guck mal hier. Ah ah. Ich glaub, die gehen die Quartäne, ne? Bei mir ist wirklich hier etwas, aber ich seh's nicht. Nein, jetzt ist es sogar nicht da. Jetzt können sie wieder durchladen. Hm. Das ist ja wohl nichts da. Ja. Ich wollte sie nicht. Ich laufe jetzt hier aber unten raus. Okay. Ja, okay. Toll überwack. In der Tat. In der Tat. Ja, okay, machen wir jetzt. Wir schießen wieder ein paar von diesem Gepäckträger herum mit dem Panzer. Ich wollte mal was cooles zeigen. Okay, dann fahr mal. Ähm, also teleportieren wir. Wait a minute. Ja, gib mal ein Auto, wo ich einsteigen kann. Ey, warte mal. Warte mal, du Penner. Das ist mein Auto. Du Kek. Du Kekspacken, warte mal. Mach mal ein bisschen schöneres Wetter. Alter, Alter, also das geht aber gar nicht, oder? Also, das ist ja mal. Guck mal, und jetzt will ich mal was Tolles zeigen. Guck hier. Guck mal, jetzt komm mal hier hin, oder? Anders machen wir ihn so. Das war's. Das war's. Ist ja nicht Tolles. Ich bin schon tausendmal weit. Speichern erfolgreich! Nein! 10 Sekunden später. Also komm, steig nur bei mir ein. Und dann? Du musst, glaube ich, fahren. Geh an einen Ort, wo ein kleiner Bahn ist. Da ist doch irgendwo ein Zaun. Das ist die Straße. Geh mal hier. Ja, Digga, meinst du nicht hier? Es muss irgendwo ein großer Zaun sein. Ich weiß, wo du meinst, oder willst du? Ist doch hier ganz woanders. Es muss genau hier, wenn du siehst, hier oben. Nee, vor allem hier. Ja, hier ist ein Zaun, aber hier ist kein Objekt, oder? Ja, hier ist kein Objekt. Ja, hier oben. Ja, hier oben. Geh nochmal. Ah, hier ist es, ja, hier ist es. Wenn du jetzt hier, schau, hier den Zaun aufdrückst, weißt du, was dann passiert? Schau. Nee. Gehen dieses Zugabsperrung. Einfach durch. Und? Da hat Rocksack gefehlt. Da hat Rocksack reingeschissen, Alter. Und wir sind sogar durch. Generell, warum? Man kann sogar durch nicht sein. Warum? Warum? Ich bin jetzt doch scheiße. Also, Digga, also. Digga, an den Back. Da kann man nicht bis unten, bis uns endlich auf sich lassen. Was ist denn das, Alter? Ja, und ich, meine Hände sind am Stachel drauf. Kann man da auch in einem Auto durchfahren? Wahrscheinlich schon. Und ich, meine Hände sind am Stachel drauf. Was können wir jetzt? Ah, der Zaun ist weg, oder? Nein, der Zaun ist bei mir noch da. Aber der ist abge... Er ist einfach sehr schnell aufgekommen. Nee, er ist einfach ausgebrochen. Ja, aber... Also, der Zaun ist abgebrochen bei mir. Hamburg! Jetzt ist er auch abgebrochen bei mir. Das ist auch leicht. Oh. Oh. Wie geil wäre das Ding, wenn man sich hier noch... ein Haus kaufen könnte, Alter. Also, ich finde diese... Also, ich finde diese Gegend... Also, die ist ja richtig abgeraustet, Digga. Aber ich finde diese Gegend irgendwie voll cool, Digga. Weil die haben so... Weil hier einfach geile... Die sind nie GTA-Spieler. Nie. Wie dieses grüne... Ich will dieses grüne Haus dazu. Und diese Parker... Diese Ding. Diese Garagen mit dazu. Ja, das Krankenhaus da. Neben. Er hat mich auch gebrannt. Ist doch egal, das brauchen wir nicht. Ist doch schlussig mal. Ja, ich sterbe. Aber du nicht. Ja, sondern wenn unser Tank nicht brennt, ist doch alles gut. Ja, aber so ist der Tank nicht. Raus, ja, unser Tank brennt. Fallschirm! Tschüss. Ein Haar zerfällt, ein Haar zerfällt, ein Haar zerfällt. Ja, du fällst. Ich hab kein Fallschirm. Ich bin gelb in die Mauer gestorben. Null. Und warum... Warum hab ich jetzt hässliche grüne Haare? Wenn ich auch so graue habe, wie... Hey, grüne Haare, warum das denn, Alter, das ist ein Schrott. Fuck. Hey, du 31er! Ja, wenn du so blöd in die Granaten wirfst. Adi Allah! Adi Allah! Adi Allah! Adi Allah! Hey! Ich bin die Toni. Boa... Du tochter Hase, man! Ich bin Mr. Toni. Tag! Easy, easy, easy snack, hab ich dich! Hase hier! Sock der mit dem Motten bin ich, mein Gott, still! Was? Ah, ah, ah! Was? Was? Ah, wohin komme! Ja, deine liebsten Freunde! Al, die Schnauze! Al, die Schnauze! Als wenn nur du lebst, Alter, du hast ja Null Schaden an deinem Auto! Ja! Komm, ey, sag mir mal geiles Roleplay! Warte mal, ich mach mal kurz die Sterne weg! Sag mir mal geiles Roleplay, Dago! Komm schon, sag mir mal geiles Roleplay! Ach, du hast ja... Ja! Okay, ich will nicht mehr lösen! Das ist kein Roleplayer! Das ist das Geilste, I'm afraid! Das ist sofort fertig! Ach, aber du kannst dann einfach nicht, Alter! Doch! Du kannst ja noch gar nichts! Okay, ich bin Bossfahrer, ich möchte nichts mehr nehmen! Kann sein wirkmaltiger? Kann sein wirkmaltiger? Kann sein wirkmaltiger? Digga, der macht alles Roleplay, Alter! Der hat doch kein Server, also der hat der letztes GVP gespielt, Digga, ne? Also richtig geil! Äh... Äh... Irgendwann mal drauf, Digga, aber... Digga, der macht auch gar nichts so billiger. Digga, der kann er doch richtig zusammen mit der Rockseite, das war der Rockseite. Guck mal, jetzt kommst du wieder angefahren, Digga, und fällst du in den Baum? Nein, nicht gegen Baum, gegen Zaun, gegen Krise. 31er, 31er, 31er... Warte, 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 warte! Hier ist irgendwo so eine Bushaltestelle, oder nicht? Da muss ich mich abholen, warte, warte, warte. Äh, was denn hier eine Bushaltestelle? Kurz Kaken hier? Äh... Ja. Nee, nichts. Eindeutig, ne? Nee, nichts. Eindeutig, nirgendwo ist diese eine Bushaltestelle, oder? Ja, hallo! Hallo! Na, für südlich, hieß du, 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 hieß du. Ja, ja, wenn die VioW hat sie auch hier irgendwo Bushaltestelle. Ja, bei VioW steht ja jede Straße irgendwo eine. Ich denke, aber die Verarschung ist denn hier der Bushaltestelle? Hä? Ey, Mando! Hat nicht hier einer? Nee, geht hier ganz so lange los. Ich geh dir auch gar so rotz-kacke sein, ne? Du weißt du, geht halt einfach von allem zu mir, he, he, he. Sag, du erzähl mal, als ob wir nur wo die Fist-Stelle ist. Also ich weiß, es wo eine ist, da müssen wir ein bisschen fahren. Ja, dann lass' wir hinfahren. Ey, da musst du nämlich Verkehr zernehmen, stamm. Ich sollte still verkehren. also ja hier ist eine jetzt auch hier ist eine ist ich sag aber hier ist eine nein links oben das spiel ich sag hier ist ein jetzt habe ich so richtig muss erstellen in dieser scheiß stadt sind also das hat ich steige einfach gleich an den boden und vergraben ich kann auch mehr jetzt das kacke weiter er kommt von den fliedhof sind da ist nicht so ein wo muss man sagen dass die graf ist und mich auf die straße fangen so ein rast doch gerne herun aufs bus also ihr busfahrer also ihr busfahrer hier ist meine karte also ihr busfahrer hier ist meine karte ok also man kann sich auch irgendwie so richtig gut in den sitz reinbacken auch ja ja das geräusch was also nicht gehört das geräusch ist gestoppt ist und noch wieder los er kann nicht über den bus fahren ich will mal gucken ob man die schein vertreten kann die gaben das denn ich habe eine schein vertreten kannst alter da kommt lustig oder da haben wir immer kurz den bus repair wenn wir das geht na window time pure black aber nicht ach man warum kann man den bus verlegen ne schade das muss man auch noch machen wheels kann man die reifen ändern kann man ja nichts an diesem scheiß auto machen oder was ist das für ein kack kann man denn wenigstens die farbe ändern kann man auch nicht machen mach ich jetzt halt hier das hier da ok ja 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 ich gehe ein bisschen größer nochmal hier so ja funktioniert so da musst du einen schnelleren Fahrzeug haben mach ihn doch ein bisschen schneller ok genau ja ja jetzt geht's jetzt aber ok ok ja ja das war mit der heutigen Fall ich glaube nicht das ist ja langsam echt hehehe sondern da kann der bus echt mal weg alter die schnauze nein auf ich höre warte kurz nein ich habe kurz wo ja das andere Mal guck mal die so geh da sag als einer du jetzt durch den Mund geschickt Fuck! Halt die Schnauze da! Halt sich über die Kacki oder was? Mit dem Hammer geht es besser. Schnauze! Halt die Schnauze! Zack! 1 auf 3! Zack! Ich hab kein Gehoben. Okay, okay, machen wir ein Goal. Ohne Gehoben, warte mal. Du bist einfach besser im Kämpfen. Ich nicht. Ach. Nein. Du hast mehr gesuchtet. Gehoben! Pff! Halt die Schnauze! Schau doch noch auf der ähnliche Sack. Wo ist er jetzt hin? Schau doch noch mal ab hier! Ah! Wir müssen nicht gesehen werden. Schau doch. Hier ist selber einfach nicht mehr klarkommen, Alter. Halt die Schnauze, du! Ich komm mal hier, ich komm jetzt auch noch mit dem Hammer, Alter. Mit dem Hammer geht es besser, mit dem Schlagstock. Mit dem Hammer geht es besser, mit dem Schlagstock. Aber das war voll. Ey! 31er hier, wieder. Ey! Also komm mal irgendwie rein. Jetzt noch mal ne Frechheit hier, ne? Noch mal ne Frechheit. Du jetzt hier abhaust, Alter. Jetzt noch mal ne Frechheit. Hä, ich wollte es jetzt nicht überfahren. Nein, nicht kaputt machen. Ey, noch auf! Na, du auch. Ich hab' gegessen, Alter. Ich hab' gegessen, Alter. Und ich bleibe natürlich nicht ab. Ich bleibe nur auf dein Reifen, Alter. Schau mal, ich stecke fest. Ah, aber die Schnauze hier. Ich komm' nicht mehr weit. Raus da jetzt, Petter. Ah, und ich fühle. Nein. Nein. Ich hab' wenigstens 100% Goat-Mode. Ähm. Ähm. Goat-Mode. Ähm. Goat-Mode. Ähm. Ja, Digga. Ähm. Ich, ich, ich mit Messer, Digga. Und du mit Waffe. Alles wohl besser. Ich schieße dich. Schnauze halt, Alter. Ich wollte mit der Waffe zuschlagen, aber du warst zu schnell mit dem Scheiß Mess. Ey, wir werden gar nicht getötet. So. Ich finde, man muss einen Katana anbauen. Jetzt auch wieder. Bei GTA 5, äh, BG San Andreas gab's Katana. So, dann geht's ohne. Katana? War das der Katana? War das der Katana? Ja, war das der Katana? Katana ist das lang. Ja, mach auf jetzt. Schmerzt. Hä? Guck mal, ich bin hier gelaufen, Digga. Und du? Digga, guck mal, ich war hier. Und du standst da, wo du bist. Und dann hast du mich geschlagen. Digga, also. Also Katana, ach. Ich weiß es auch nicht wie gesagt, aber die Axt hat irgendwas gut. Digga, also dieses Server, ne? Aber die sind echt für den Arsch, Alter. Ganz ehrlich, ey. Server kann direkt in der Tonne geschmissen werden, ey. Ganz ehrlich. Also die Axt ist irgendwie cool. Warte mal, ich will mal kurz das Katana erstmal holen. Hallo, warte doch mal auf, Junge! Ich will einmal das Katana holen, jetzt holen die, Alter. Hier. Machete. Ja, machete. Das ist auch ein Katana. Ein kleines Katana. Hä? Ist der auch wieder Asynchro? Ein Asch. Ein Asch. Ein Asch macht doppelt den Schaden. Nein! Hä, Digga, aber stell doch nicht zu, der Penner, Alter! Der Affe, Alter! Weil ich schnell war. Ja, weil du schon scheiße bist, Alter, deswegen. Nein. Doch. Ich bin nie scheiße. Doch. Nein. Hör auf zu Luke, du Penner, Alter. Komm jetzt hoch. Ja, okay. Nicht schicken. Doch. Zack. Adialla! Ey, jetzt auf den Schrock. Ja, sicher. Ich, ich an die Stange und du hast dann gleich noch die Chance gehabt. Ja, also ich, also ich, also ich hab nicht, ich hab das nicht mal gesehen, aber passt schon. Das Auto, kann auch weiterfahren? Ey, es ist mega Asynchro und ich hab dich auch abgestochen und bei dir ist nichts passiert. Auf der Hände des Haar drüben. Hahahaha. 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 Komm, wir machen Schla-sch, ey. Flaschenduell. Ah, geil. Du kleiner, als du jetzt mal getroffen hast, aber ich hatte. Ey, die Schnauze! Fresse halt, du Penner! Ist das Fett, Digga, ey. 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 Die ganze Flasche ist in der Blut. Ist das Fett, Digga, ey. Ist das Fett, Digga, ey. Ist das Fett, Digga, ey. Bedeutel, Alter. Warte kurz. Ich hab da noch eine andere Person. Ja. Aber auch so eine andere Person. Man. Digga, wir sind mir wieder Fett. Was ist das so langsamst? Ey! Ne, hallo. Nein. Doch. Ist ein Vorteil. Digga, wie einfach... Unfair, Digga. Ich bin unfair Asynchro, ey. ich kann nicht einfach nur langsam alter so ein ding ist da doch viel länger braucht weil ich für wahrscheinlich nicht mit schieben ist einfach zu mir ja ich hab lowlife du hast volllife muss ich ein bisschen abhauen von dir nein nicht scheissen jetzt hast du alle aufzuscheissen ja sicher ich kann wieder nichts machen jetzt bin ich besser jetzt bin ich besser ah nein danke wo bin ich wo bin ich ja im ende im boden schweiz knödel halte einfach mal sagt zwei mal hat es ohne sich genau gesehen also du bist so ein fett knödel bist du auch Schrotty heads for headshot Junge, was macht ihr denn, Alter? Hör auf, hier so rum zu geiern, Alter, du Hure, hey, Junge, Alter, mach uns Sack, ey, du bist gar nicht mehr auf der Weltkarte Renn doch! Digga, wie er wie er einfach schon mal nicht rennt Digga, wie rennt man auf der Statur? Ich geh auf Schiff, ne? Digga, wie er einfach nicht rennt Hör auf, wenn du so zu schubbeln, du Affe? Hör auf, das ist eine ganz normale Pistole, übrigens Es hört auf zu sliden, ich weiss genau, dass du... Ja sicher jetzt noch mit der Schrotty, hallo! Was, wie Schrot, Alter? Okay, es war ein Bulle wahrscheinlich, aber trotzdem Digga, wie kann ich mir da schrufen, Digga, von hier bis dahin, also, was klar? Ja, der Bulle da unten, der kann das raus... Also, die Cops, den darf man auch, ne? Die Cops, den darf man auch, richtig? Ja, da muss ich die Bullen rausmachen Ich bin nicht zwingend bezögert, lass dich Ah, Digga, weisst du? Wieso machen wir das aber auch scheiße, Alter? Weil die einfach übelst langsam ist, Alter? Ja, das ist ja auch der Gute, dass du so langsam bist Was ist das? Ja, wir müssen das Video beenden, das wird langsam zu... Lange Wir machen lieber dann in einem Live-Team noch mal so ein paar... Hör auf zu schießen! Siehst du nicht, dass ich beenden will? Nö, sehe ich überhaupt nicht Da verkommt er wieder, manche Cheats Hey, Junge, du bist so'n Hurensohn, Alter! Du cheatest und ich... Drei Kills vor, Alter! Weil du einfach immer diese unfairen Waffen benutzt, Alter! Ich hab immer nur Pistole in der Hand Scheiße, das ist langweilig mit Nahkampf, deshalb hab ich zu Pistole geweckt, das hast du ja früh genug gesehen Das scheiß dich jetzt schon wieder um, Cheater! Ja! Nein, 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 je ne wir uns ja... Was?! Ja, fetzack, Alter... Oh, fetzack, Alter... Okay... Na, hat Spaß! Ich hab dir... Eigentlich hab ich nur immer nur gepres- Wie kannst du mich treffen, wenn ich mich unmittelklippe, Alter! Also jetzt, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt, jetzt nämlich Monster! Jetzt, ja, jetzt hast du's zu dir gemacht, Alter, jetzt, jetzt geht's mal mal und sag' Ich geh aufs den Sack, dass er jetzt macht, so ein Spannhaus. Ja, genau. So unfair geht's nicht. Guck mal hier, zack. Siehst du das hier, Schrotfilter? Guck mal hier, zack. In der Kopfwand. Ich kann nicht. Ich kann uns jetzt das Video. Tschüss. Du Cheater. Warte nochmal kurz. Nein, warte. Ich muss auch noch Tschüss sagen. Es ist 30 Minuten jetzt das Video. Ja, Dinger, ich muss noch kurz Tschüss sagen. Okay, ich mach jetzt Scott Mode aus. Äh, ist ja schon aus. Warte, okay, jetzt mach mal kurz einmal ein normales PvP, okay? Oh, wir machen gleiche Kills. Warte, pass auf. Nein. Gleiche Kills. Ja, aber ich hab gewonnen 9 zu 10, also Tschüss. Nein, warte. Tschüss. Nein, nein, ich hab 9 zu 10 gewonnen. Ja, aber hab ich vorhin gesagt, du sollst warten? Nein, ich warte nicht mehr. Nein. Das ist, das ist gegen die Regel. Wir haben jetzt beendet. Und ich nachher. Du hast mich nicht noch zweimal töten. Jetzt hör auf. Hä, Dinger Cheater. Du bist einfach ein schlechter Spieler. Ja, okay, dann steh auf. Kannst du mit Cheaten gewinnen. Steh doch, Dinger, ne. Nein. Ich kann nicht aufstehen. Ich bin ja im Blut. Ah. What the fuck Cheaten. Komm, wir machen das so. Nein. Wir machen das jetzt so. Waffenlos. Waffenlos. Du, du mit deiner scheiß Massatur. Tastatur klick. Kacke da, Alter. Was ist mit deinem Gamepad denn schwer? Du hast auch noch eine Tastatur. Er kommt mit deiner Pistole. Hast du voll auch gemacht, Affe. Du, Cheat. Was für Cheater, Alter, Junge. Ich cheate gerade kein bisschen, ne? Nein, gerade. Also da ist ja vielleicht... Also da gibt es eigentlich vielleicht schon einen Cheat. Guck hier. Guck hier, das ist unfertiger. Weil du jetzt nämlich... Reicht mir jetzt, Alter, hier. Du Scheiter, Alter. Ja, wir befahren. Ja. All die Schnauze tragen, du Fettsackburensohn, Alter. Hier, zack. Tja, 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 tja. Pisschen. Ach, du bist roti. Also wir bänden jetzt... Ja. Nein, wir bänden, warte mal. Nein, wir bänden das hier jetzt. Also, Digga, wie macht's egal... Digga, ach, das Video lief noch? Ja, klar. Ja, jetzt auf! So ein Idiot, der kommt hier herin, geteleportiert, und... Machen wir einen Hedge das nächste, ne? Lass es doch mal. Ah, okay. Jetzt lass ich es wirklich sein. Das ist das Anti-Cheat-Problem. Die Waffe. Anti-Cheat-Problem. Ah, nein! Scheiße! Ja, jetzt kommt er wieder zu einer Piss-Pistolen-Waffe. Nein, du! Kommst ja immer mit dieser Pistole. Jetzt kann ich... Ach, wer... Sicher ist wieder ansassen, girl. Ich hab das Auto direkt getroffen und es hat nichts gemacht. Ja, Digga, ist auch kein... Ist auch kein großes, äh, kein großes, äh, Ding jetzt. Ist auch keine große, äh, Herausforderung für den, äh, dem Kack-Wagner, alter. Ja. Aber trotzdem. Das ist natürlich wieder unswert. Aber... Komm, wir gehen jetzt ein bisschen. Ja, ich dachte, wie das ist vorbei, alter. Ja, wir machen jetzt noch eine Nachricht. Okay, im nächsten Part machen wir Nachricht. Und du schaust, dass du diesen Truck wieder cheaten kannst, okay? Nö. Jetzt komm doch rein! Nein! Und der Brecht wieder. Er kann einfach nicht verspielen. Oh ja! Nein, nein! Ja, geil, ja! Schau mal! Okay, ich muss das Video benden bis ich komm. Ganz komm. Haha! Geil! Tschüss! Tschüss! Okay!